Musik Können Sie was Krishna ist? Krishna, ja. Ich bin also ein... Bei uns heißt es Krischer. Also Pelzer-Krischer. Weißt du? Pelzer-Krischer? Pelzer-Nest. Pelzer ist... und Krischer. Aber du meinst wahrscheinlich Krishna. Krishna. Das ist doch Pfingstweide. Guck mal her, her. Das sieht aus wie die Pfingstweide. Das ist total romantisch. Krishna ist Quelle von allem. Auch von Ihrer dieser Pfingstweite. Ah, danke. Das war die Erleuchtung des Tages. Super!